Auf die Plätze. Fertig, los. Ein Kreis. Dann in der Mitte einen Strich. Im unteren Dritten einen Strich. Zwei Augen. Sehr gut. Die Augen braun. Eine Welle, die geht hier los. Unter dem Auge runter, zwischen den Augen hoch. Unter dem Auge runter, wieder hoch. Super. Hier eine Linie so. Bravo. Noch eine so. Hier wieder hoch. Hier so, am Rand hoch. Das sieht aber gut aus. Das sieht super aus. Und jetzt zwei Us. Noch eine Minute. Zwei Pupillen. Und eins, zwei. Das ist die Mütze. Jetzt geht es schon ans Schwarz ausmalen. Jetzt mit dem Schwarz nachmalen. Nicht das Kreuz nachmalen. Danke schön. Ganz schnell alles nachmalen. Noch 45 Sekunden. Ja, wir haben genug Zeit. Ihr seid gut. Ihr seid richtig gut. Bravo. Was? Momentan sieht da keinen großen Unterschied zwischen Ulrich und Mirjax. Ganz ehrlich, noch eine halbe Minute habt ihr. Jetzt in den Endspurt. Nee, du wirst deinen Söhnen zu Hause was zu erklären haben. Guck mal da. Bei dem sieht es doch doch schöner aus. Er ist auch schon länger im Training. 15 Sekunden. Endspurt. Gebt alles. Ausmalen. Jetzt malt ihr auch noch was aus. Einfach ausmalen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, unterschreiben genau. 3, 2, 1. Super. Bravo. Naja, es geht schon. Das ist sehr gut. Naja, komm, lass mal schauen. Finde ich super. Auf jeden Fall. Warte mal, ich nehme mal deinen. Mirjax, du hältst deinen mal hoch. Wir halten jetzt mal gegen... Also, Entschuldigung. Hast du super gemacht. Bravo. Ich erkenne überhaupt keinen Unterschied. Nein, nein, nur an der Unterschrift sieht man es. Großartig. Das kommt an den Kühlschrank. Herzlichen Glückwunsch.